Wie gefällt dir die Plagette 2023? Gut, aber schade, dass die Gucken nicht drauf sind. Aber sonst ist sie ok. Wie gefällt dir die Plagette 2023? Plagette 2023 zeigt das Statement zusammen, dass die Wägel, die wir auch sind, und Chaser und alle zusammen dieses Jahr im 2023 unterwegs sind. Und drei gute, schöne Tage werden verbringen beim super Sonnenschein. Super. Jetzt auch gerade vom Sujet, ihr habt schon angesprochen. Seid ihr überrascht worden oder wie gefällt euch das? Überrascht nicht, aber es passt zu der nächsten Phase, ich hoffe. Weil die letzten zwei, drei Jahre war es nicht so toll. Und jetzt sind wir wieder im Takt. Die Plagette 2023, wie gefällt ihr euch? Ich finde sie sehr mässig schön. Sie ist sehr gelungen. Das Motto finde ich auch vollkommen zufrieden. Sie? Mir auch. Mir gefällt sie sehr gut. Ich finde das Motto sehr schön. Dass wir wieder alle zusammen eine Fasnacht machen können. Dass das als Motto für das nächste Jahr ausgewählt wurde, das passt absolut. Und ausgeführt ist sie sehr schön. Super. Ich spreche jetzt auch gerade an. Also das Motto, habt ihr ein wenig erwartet, dass das kommt? Oder wie sind ihr jetzt dort reingegangen? Mit was für Erwartungen? Ich habe absolut keine Erwartungen gehabt. Man ist ja langsam vorsichtig geworden. Das heisst, man ist erwartungslos. Ich zumindest habe mir jetzt keine Gedanken gemacht, wie könnte sie eigentlich schon sehen. Aber ich bin sehr positiv überrascht worden. Ich bin sehr gespannt.